Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ja, äh, na, Star City ist ein Off-Grid, aber nicht so richtig Off-Grid. Nun, kurze Zusammenfassung. In der letzten Folge wurden wir ja weggenuket. Ich wollte dann erst mit der Pisces, glaube ich, aufbrechen. Bin dann mit der Corsair rüber und musste feststellen, das ist nicht nur einer, das sind sehr viele. Die hatten einzeln dann jeweils ihre Schiffe. Vier Schiffe habe ich geschafft. Und das fünfte, da waren mindestens drei Mann drin, hat mich ja noch weggeputzt. Ähm, ja, und warum ich denn jetzt hier auf einmal Crimestead habe, verstehe ich nicht. Crimestead 3, ist das schön. Ich wurde weggenuket, weggenutzt, aber gut, ist okay. Ich mag Star Citizen sehr, aber dieser Bug ist ein bisschen, dass ich hier spawnen und schon da leicht drin hiebe, ist auch geil. Ich hab mir dein Stuff da her. So, wie war das nochmal? Huiuiui. Runterlaufen. Nein, 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 nein. Kein Fallschirm? Komm ich wieder hoch? Hallo? Da ist Leute. Jetzt heißt's ja, richtig dumm gelaufen. Nein, ich hab ne Taschenlampe. Hier, ich hab Erz gefunden, glaube ich. Keine Ahnung. Hier, lass mich frei. Oh, Leute. So. Lass mich doch da hoch. Junge. Dieses Gebounce hier. Okay, hier besteht ne Chance. Danke. Oh, das war schon wieder ein Start. Gut, äh, wie war das nochmal? Lalalalalala. I drücken. Ich hab meinen Helm auf. Aber schön. Open. Und? Ist da irgendwas drin? Nö. Da kannst du gucken, ich loote dich auch gleich, Junge. Äh, bbbbbb. Darum. Inmate-Processing. Guten Tag. Wieder weg. Attention, attention. Please direct your attention towards the front gates. One of our guests has completed their rehabilitation and is being released. Let's give them a round of applause. Good luck back in the world, civilian. Echt jetzt? Ist doch ein Fehler, oder? Okay. Let's give it a try. Das kann ja auch eine Verarsche einfach nur sein. Und ich bin dann an der Oberfläche und verglühe. Oder ist es ein Bug? Okay. Okay. Äh, okay. Nice. Ich hab keinen Crime-Stand abgearbeitet. Nichts gemacht. Okay. Ihr seid Zeuge. Danke. Elevator. Ja, liebe Developer. It's simply fair. Ja, ich hab keine Ahnung, warum ich in der Präsenz war. Also, um zu gehen, ist es auch fair. So, äh. Das Wartebereich am Klo. Warum nicht? So, gehen wir mal hier rüber. Und gucken uns jetzt an, was wir machen. Dann... Oh, was ist das? Mödi. Ja, komm. Ist mein Stuff hier? Frag mich, wo mein Stuff eigentlich ist. Ich hatte doch... Ich hatte doch... Eigentlich... Was holen wir denn? Was holen wir denn? Hm. Oh, die Rav, die... Sehr fein. Ach, da hätte ich echt Bock. Star Runner. Komm, hol mir die. Die ist relativ schnell und fix unterwegs. So, wo ist denn meine, äh... Angersilien. Merci. Tja, ihr Lieben. Diese Folge geht sehr überraschend los. Und seit der letzten Aufnahme sind auch wieder ein paar Tage vergangen. Also, ich mag die Star Runner sehr. Aber, ja, die Corsair doch ein bisschen mehr. Bei der Corsair würde ich mir auch so einen weißen Innenraum wünschen. Öffnen. Was ich hier schön finde, ist die Recreation Area. Die hat ein bisschen an Millennium Falcon. Wie gesagt. Die Geräusche hier sind gut, finde ich. Soll echt Stuff sein? Ja, Deko. Nur Deko. Öffnen. Und los. Hallo? Oh, da war ein kleiner Hänger. Das gefällt mir nicht so. Ja, was ist eure Theorie? Was für ein Bug war? Verantwortlich dafür, dass ich im Kitchen war und dann auch wieder rauskam so schnell? Oder haben die gedacht, boah, der hätte jetzt flitzen können und ist trotzdem wieder zurückgekommen. Komm, lass mich gehen. Ich würde sagen, hier rufen. Dann, merci beaucoup. Kurs gesetzt. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Gut. Ja, wenige Sekunden und go. Wo ist mein Nachbund? Wird's doch echt, echt, dass ich erstmal da hinspringe? Okay. Wenn du das möchtest, machen wir das doch. Wird's doch nicht so gut, dass ich da hinspringen kann? Ja, wir sind jetzt erstmal von der Station weg. Prüfen wir jetzt nochmal kurz. Trimestad. Gut, Tatsache. Microtech. Straight ahead. Und wasch. Here we go. In der Zwischenzeit werde ich mal einen Schluck trinken. Ah. Und wisst ihr was? Ist eine Weile bis dahin. Also hier hätten die noch was machen können. Ein bisschen tiefere Nischen, Glaswände drum. Also Glasscheiben und dann Grünzeugs. Habitation. Come on. Boah, hier sieht's aber aus. Okay. Das stimmt. Hier war das ja. Hm. Naja, ich finde das Habitation-Areal hier so nicht so gelungen. Hättet ihr auch anders machen können, dass man das ein bisschen abkennt. Oh, wo ist es das? Wird es haben? Nein. Äh. Ja, jetzt kennt ihr mein Geil, das ist mein Teddy. Mensch. Ich dachte, ich hätte ihn weggeräumt. Das Zeichen kommt mir echt vor wie, äh, ja, aus dem Spiegel-Universum von Star Trek. Gut, egal. Äh. Häfen wir hier mal. Merci. Es ist ein interessantes Schiff. Ich mag's wegen dem kleinen Flair da hinten von Millennium Falcon. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ja, die Corsair ist mir da lieber. Jedes Crewmitglied, äh, ja, jedes Crewmitglied hat da wenigstens sein Quartier. Auch wenn's klein ist, ja, man müsste was im Interieur, äh, ändern können. Ja, jetzt heißt es mal erst, äh, anfliegen. Und noch ein bisschen Stuff organisieren. Ja, meine Sachen sind weg. Da brauchen wir uns nicht mehr drüber, äh, Gedanken zu machen. Tja. Das ist halt das Risiko, äh, wenn man Off-Grid macht, man ist an denselben Locations immer unterwegs. Früher oder später war das klar. Wenn du Bock hättest mitzuzocken, könntest du vielleicht der Game Changer sein. Meld dich einfach mal. Weil, ja, alleine, äh, Off-Grid ist schwierig. Ja. Auch in der einen Mission, die ich angenommen hatte, ja, äh... Solange die KI gedacht hat, okay, komm, lass. Baller drauf, alles gut. Aber sobald sie gesagt hat, ah, jetzt mach ich mal dasselbe und baller zurück. Aber es ist schwierig. Besonders, es wurde durch die Objekte beschossen. Äh, ich wusste nicht mehr, wohin. Egal. Also, ich freu mich wirklich, wenn hier mal, äh, Bauna reinkommt. Wird bestimmt interessant. Auch bei so Kämpfen, ne? Denkst du, ja, hier, ich hab ne gute Stellung. Und auf einmal, oh, was ist das denn? Nein, Scheibenkleister. Und besonders mit dem Wasser bin ich sehr, sehr neugierig. Ob es auch wirklich, äh, äh, echtes, virtuelles Wasser wird. Und, äh, Physik bekommt. Schwimmen, tauchen kannst. Und da auch Viecher kommen. Das wär cool. Das wär wirklich cool. Aber ja. Mehr möchte ich erstmal, dass meine Galaxy kommt. Ich kann's kaum abwarten. Also, Galaxy hype ich wirklich sehr. Die ist ja nur minimal kleiner als die Carrack. Und deswegen, ich hoffe, dass die Endversion davon besser wird, als was sie jetzt noch gezeigt haben. Weil, da sie ja nur ein paar Meterchen kleiner ist, zum Beispiel, äh, hier Crew Deck, etc. Der Tisch, da ist weniger Platz als wie bei der Carrack. Das könnten die ja mal ein bisschen umändern. Na ja. Gut, ein bisschen Fliegerei. Aber ich frag mich, warum hab ich Crime Set bekommen? Ich wurde abgeschossen. Da sieht man noch so schön, oh, ich hab keinen Saft mehr. Ich kann machen, was ich will. Und das kommt und bumm. Erdobankfläche kommt näher und bumm. Ja. Ja, als ich mich das letzte Mal auslockte, war ich auch nicht im Kittchen. Und hatte kein Crime Set. Deswegen, ich weiß nicht, manchmal... Könnt ihr ja auch mal schreiben, ob ihr auch das Problem habt. Einfach mal so ein Crime Set. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier so, äh... Unverschuldet ein Crime Set hatte. Hm. Naja. Egal, wir sind nochmal davon gekommen. Jetzt, beim nächsten Einloggen. Hier, maximaler Crime Set. Du kommst nie wieder raus. So, bald sind wir da. Microtag. Ihr Lieben. Heute ist Donnerstag. Diese Folge werdet ihr aber am Sonntag sehen. Wenn diese Folge läuft, kann ich nur sagen, ich bin froh, dass diese Woche rum ist. Naja. Wenn Freitagabend rum ist, oder beziehungsweise Feierabend ist und das Wochenende beginnt. Ah, herrlich. Diese Woche war... Wie ich feststellen konnte, für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr... mühselig und stressig. Ei, ei, ei. So. Kommt, nochmal kurz ein Turbo hier einschalten. Letzten 10 Millionen Kilometer. Ja, mit Off-Grid muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Weil, wie gesagt, ich will euch nicht immer nur das ein und selbe zeigen. Das, äh, ja, bringt mich so ein Stückchen in die Bredouille. Ich muss mal gucken, andere Planeten, ob es da auch einigermaßen schöne Fleckchen gibt. Ja, den einen Staubplaneten da, den diesen... ...verschmutzten Planeten weiß ich nicht, ob ich mir den antun will. Oder generell mal gucken. Oder ob ich dann... ...das Off-Grid... ...ein bisschen ausdehne, was hinzufüge oder ändere. Mal gucken. Ach, ja. Ich kann's nur betonen, hätten wir nur so Raumschiffe. Nein, wir feiern jetzt derzeit, äh, ja. Dass wir... ...größer dimensionierte Soda-Dosen in den Weltraum schicken. ...zu noch größeren, dimensionierten Soda-Dosen. Welche, ja, dann... ...unser Raumstation sein sollen, ja. ...und kommen dann nicht mal über... ...den Mond... ...hinaus ins Weltraum, bemannt. Es wird so lange rumgedruckst. Ja, bemannte Mars-Mission wird immer weiter nach hinten geschoben. Es hieß dann 2035, ja, warten wir's mal ab. Warten wir's mal ab. Bei dem Schneckentempo vielleicht 2055. Ich hab'n Gefühl, es wird nichts aktiv getan für einen Fortschritt im Weltall. Da kommt's mir vor. Es gibt noch viele interessante Unternehmen. Zum Beispiel ein Unternehmen, was den Wasmier-Antrieb, äh, erfunden hat. Der hat schon richtig Power. Hört man heutzutage nix mehr von. Vor zehn Jahren hat man noch mehr davon gehört. Und, und, und. Ich wär' wirklich schon dankbar, wenn wir einen Antrieb hätten, der... ...keine Ahnung, 10.000 Kilometer, äh, pro Sekunde schaffen würde. Wir könnten dann wenigstens sagen, ja, es dauert jetzt nicht mehr so eine Ewigkeit von Planet zu Planet. Wir könnten uns im Sonnensystem ein bisschen ausbreiten. Sodale. Doppelklick, ähm... Wo haben wir's? Ah, ha, 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 ha. Äh, wo bist du jetzt? Nein, da würde ich nicht hin. Set-Route. Um vier, um eins und go. Oh, licht aus. Ah, ne. Geht. Ach, der wirft jetzt bewusstlos. Und los, runter. Was war das für ein Geräusch? Hab ich einen Passagier an Bord? Diese Glocke. Ja, ist ein Glockensymbol bei mir auf dem Stream Deck. Gut, wenn ich einen blinden Passagier an Bord hätte, muss ich mich beeilen, in die sichere Zone zu gelangen. Quantum Trap, complete. Ja, too close. Ich will nicht springen. Guck mal, hätten wir wenigstens schon mal so eine Raumstation. Oder, ähm... So einen wie... Wie heißt das Ding mal? Von Braun... Äh, nee, nicht von Braun. Von Braunrad, genau. So hieß das Ding. In, äh... Odyssee in Zelda. Hätten wir wenigstens so etwas schon mal mit künstlicher Gravitation durch, äh, Zentrifugalkraft. Nein. Es ist schon schmerzhaft, muss man sagen, als Sci-Fi-Fan. Früher als... Gehofft, ja, irgendwann vielleicht in der Zukunft, wenn du erwachsen bist oder älter, äh... Aber ansatzweise, ein Warp-Antrieb und so weiter. In den 80er Jahren wurde einem das vermittelt. Wir werden das schaffen, etc. PP. Und heutzutage... Ich wäre jetzt schon mal froh, wenn wir wenigstens... Eine Mondbasis hätten, so wie eine Mondbasis Alpha. Und dann hier diese... Was? Diese, äh... Diese Adler. Raumschiffe. Ich wäre schon so dankbar. So, äh... Rufen wir mal hier. Hallo. Guten Tag. Bitte gehen Sie zur Sign-Landing-Bahn. Ok-Li-do-ok-Li. Die Station bei den, äh... Sprungpunkt zum, äh... Pure System? Oder wie hieß das? Die fand ich interessant gemacht. So, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da war es doch die andere Seite. No collision, no woman, no collision. Das war jetzt eine kleine Reisefolge, dass wir wieder in heimische Gefilde kommen. Dann werden wir mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen werden. Ne, komm, wir gehen nicht zur Reisefolge. Ganz komisches Geräusch gerade. Weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Egal. Machen wir das Ding zu. Und gehen nach hinten. Und jetzt lassen die Lendingen Gears nach. Ups. So. Blobby. Das war ein bisschen beängstigend. Ich werde jetzt erstmal Das verstehe ich nicht. Ich bin auch nicht mit der Sentinel geflogen. Ja, okay. Die Cutter, ja. Aber, hä? Das finde ich seltsam. Das finde ich auch seltsam. Gut. Wir sind jetzt erstmal wieder hier und müssten Zugriff auf... genau, mehr Staff haben. Wenigstens das. Gut. Ja, wir werden gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Auf Rache brauche ich nicht aus sein. Die sind schon über alle Berge. Sehr wahrscheinlich auch auf einem anderen Server. Ähm, ja. Hallo. Ich habe Y gedrückt. Genau. Crouched hinter mir. Sehr, äh, vertrauensverweckend. Ja, wie dem auch sei. Wie gesagt, wenn du mal Bock hättest mitzuzocken, sag Bescheid. Könnten wir es ja mal probieren. Weil, so wird auch Off-Grid oder generell Missionen Spaß machen. Also, ansonsten muss ich mal gucken, ob ich das so ein bisschen abändere und ein bisschen neue Elemente reinbringe. Schauen wir mal. Und, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat oder, ja, Ideen habt, meldet euch. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Ansonsten sage ich, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Nobody. Tschüss. Ciao, tschüss.